Dabei habe ich meinen Wertenbündchen auf Maximum. Egal. Wir sind in der Nähe von einem Turm und von einer Hüttelaufgabe. Willkommen im Rätseltorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Doch bevor ich dir erlaube sie zu sehen, löse mein Rätsel. Löse mein Rätsel. Welche Frage stellt man nur nach guter Reflexion? Viel Glück. Viel Glück. Erstmal will ich wissen, welcher war der Äußere. Nein, da war es der Innere. Okay, es geht in der Äußeren zuerst. Dadurch wird es nämlich am klarsten, wiegum das sein muss. Noch einmal. Du hast den in der Mitte, gell? Du hast den in der Mitte, gell, 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 gell. Was? Wieso falsch ausgerichtet? Ist doch nicht falsch ausgerichtet, was willst du denn? Nun gut. Du hast dir wohl das Recht verdient, deine Freundin zu sehen. Freuen wir. Sie wird so erstaunt sein wie ich, dass du so weit gekommen bist. Dass du so weit gekommen bist. Oh, schön dich zu sehen. Eddie wollte mir das beknackte Gesellschaftsspiel, das hinter dieser Tür wartet, erst zeigen, wenn du auch da bist. Ich hol dich hier raus. Tut mir leid, bin ich zickig? Das liegt bestimmt an dieser wunderschönen Halskette, die Eddie mir geschenkt hat. Wirklich schön, was? Ein explosiver Glanz. Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Jetzt von vorne, also. Drei. Das ist gruselig. Da hat wohl jemand von der Schul für Serienmörder gelesen. Vier. Fünf. Großartig. Noch mehr fallen. Als wäre die Halskrause nicht genug. Batman. Catwoman. Keiner von euch kommt ja wieder ohne die Hilfe des anderen. Eins. Fünf. Was? Drei. Siehe an, mir kommt in die selbst gebastelten Freundin. Siehe an, mir kommt in die selbst gebastelten Freundin. Siehe an, mir kommt in die selbst gebastelten Freundin. Siehe. Fünf. Siehe. Deine Stincheleien sind sinnlos. Ich. Tja. Siehe an, das wäre geklärt. Ihr beide seid gleich. Germaßen dumm. Glückwunsch, Batman. Batman. Catwoman, du hängst hinterher. Eins. Drei. Fünf. Das ist ja fast dieselbe Reihenfolge. Eins. Drei. Fünf. Zwei. Und wir. Wie er einfach nicht aufhören kann zu quatschen, ne? Ein echtes Wettbewerb. Geht die ganze Nacht so weiter, oder? Schätze, ja. Hm, das hat Spaß gemacht. Ich konnte was kaputt machen. Du, bist du in Ordnung? Ich bin okay. Ich brauch deine Anteilnahme nicht. Nur deine Hilfe, dieses Ding loszuwerden. Ihr zwei habt keinen Grund zum Feiern. Dunkle Retter, den nächsten Test findest du unter dem Elvin Memorial Hospital. Der perfekte Ort solltest du vor geistiger Erschöpfung zusammenbrechen. Quatsch, nett. Kett. Schauen wir mal vorher. Dann machen wir wieder Hauptmission. Hey, Bats! Seit wann ist Kettwum zu lieblich? Ich muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Aber vorher will ich mal kurz schauen. Ob ich nicht... Oh, ich hab... Ich kann, glaub ich, alles voll upgraden, oder? So, verpasser der Greiffragenschub. Ne, doch nicht. Kann's auch noch nicht ganz upgraden, aber egal. Aufgelandete Superbetäubung. Warum nicht? Aber fast. Finde mir viel. Auf jeden Fall hatte ich schon gesagt. Ah, gut, wie? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich weiß, dass das gar nicht. Wenn nicht, wenn nicht, dann... Doch, ich hatte es schon gesagt. Stimmt, als wir beim Kirk längst schon waren. Mal kurz was schauen. Ich kann doch schon mal den Turm hier bearbeiten. Ich kann doch schon mal den Turm hier bearbeiten. Wie, die haben mich gesehen? Verarscht mich doch. Ich wollte so schön... ...auf einen... ...dramatischen Auftritt hinlegen. Den Ninja hat das nichts ausgemacht, lol. Schön liegen bleiben. Das Badmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Was ist denn der Arkham Knight? Wischte ich aus. Spricht dich aus, Jungs. Spricht dich aus, Jungs. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12 G geschlagen. So was hab ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig dir, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Ey, ohne Mist. Irgendein... ... zukünftiges... Open World Batman... ...spielbrauch... ...unbedingt. Zugriff auf den Batwing. Das hat mir immerhin schon das Badmobil. Ja. Ui. Du sollst nichts übrig bleiben. Du sollst nichts übrig bleiben. Er steuert deine Tung. Geht da nicht irgendwie nur ein Panzer? Doch, da geht er. Na komm, schnapp ihn dir T-Shirt. Sie verschwunden. Er ist da. Findet ihn. Boah, boah. Sir, ich habe mir wie gewünscht North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson Sie schon einige Zeit dem Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, Sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird Sie auf einem Dach am Runela-Fairhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert. Falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Könnten wir eigentlich mal machen. Der Scan des gesamten Stadtgebiets hat ein Miliz-Panzerwagen aufgespürt. Ich übermitte ihn die Koordinierung. Überein, damit ich den, äh, nicht verpasse. Ich bin ja gerade dabei, den zu verfolgen. Gut. Na komm her. Ich kann's nur nicht sehen. Was wollt ihr denn jetzt? Ich weiß, was heißt noch einen? Das war der erste, den ich hatte. Ja. Irgendwie können die manchmal nicht zählen, die KI-Launchen sehen. Weil ich nie drauf gekommen bin. Und tschüss. Ich habe einen Panzerwagen der Miliz ausgeschaltet. Jemand muss den Fahrer aufgreifen und aufs Revier bringen. Ich schalte jemanden drauf an. Ich höre noch was überprüfen. Ich habe euch hier rüber gefahren. Ah ja. Ich wusste auch nicht, ob ich so eine Bombe ticken habe. Boah scheiße. Es ist Fatman! Bring uns hier raus! Bei irgendeinem der Brücken, habe ich, habe ich diese ticken, äh, von seiner Bombe. � daha erledig war. Oh nee. Oh, der ist nicht in der Nähe. hope was sonst nix zu tun hat! Was machen wir da als nächstes? ich hoffe ich hab's an dieser stelle dann gehört aus dem video zu schneiden ich hab schon ein paar mal vergessen dann verfolgen wir uns mal die hauptnisse weiter mal sehen was nightwings über northreferenturation weiß wenn ich den pinguin finde finde ich auch den arkham knight in der tanzer master grace wird sie mit ihnen abgebäude am rennener fairhafter aber da gibt es irgendwas über den fahrer nope gar nicht gerade ich muss schon wieder in husten ist ja schlimm so was nervöser schleichst du immer noch auf dächern rum du hättest nicht kommen sollen nicht heute machst du witze als ich von barb erfuhr habe ich auf referation sag mir was du weißt der pinguin benutzt kühllaster um waffen aus bloodhaven zu schmuggeln ich glaube er hortet sie direkt hier in gotham die frage ist nur wo cobble pot ist unsere beste spur zu barbara ich muss dieses waffenlager finden wenn ich einen der laster abfange führt er mich direkt dorthin wenn es nur jemanden gäbe der ihre bewegung überwacht hat was du dachtest nicht wirklich ich kreuze ohne plan hier auf oder ich erledige das du wirst in bloodhaven gebraucht komm schon bruce lass mich helfen du schaffst nicht alles allein zu gefährlich ich will niemanden mehr verlieren bloodhaven braucht ich okay ich verstehe schon aber wenn du den laster verfolgen willst brauchst du das hier es ist ein prototyp direkt aus dem labor der alte fox hat sich selbst übertroffen wir sehen uns bloß nur mit dem unterschied das schon die ganze zeit verwendet habe weil wir mit den sabotage geschossen des unterbrechers kann ich ihre waffen deaktivieren ich habe nur drei schuss übrig ich sollte mir meine ziele gut aussuchen die waffe wurde deaktiviert wenn ich den unterbrecher erneut benutzen wird sie bei der verwendung explodieren und alle in der nähe zu boden werfen ich habe ihre ausrüstung sabotieren Zeit mich ihnen vorzustellen oh unter der Oberfläche .---- ?-- also 10 die 3 11-2 11,3 19 Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Verstecken. Was hast du vergetan? Nein, 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 es ist weg, man! Hau dir ab von mir! Raffinesse funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman, wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zu euch zum Unterschlupf. Bist du blind? Das führt ihn doch wieder zu Koppelport. Was soll ich sonst machen? Fahr weiter, vielleicht lässt er sich abschütteln. Nope. Wiehst du ihn? Ich bin hier am Fahren. Schon klar, aber ich sehe ihn nicht. Ob wir ihn los sind? Was weiß ich, guck weiter, wir müssen sicher sein, wenn wir zurückfahren. Pinguin, ich behaupte, das wäre einfach. Niemand hat was von Batman gesagt. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. Schafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss, Batman. Der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mitzahlen. Denkst auch nur du. Ah, Tak. Wenn ich hier gì, Freunde. Oh. Ja. Ja. die hat auch ein paar interessante herausforderungen in den challenge ich habe es hier nachdem ich will nein was such deine verpflichtend als du es schaffst jetzt da meine armee die standkultur mit etwas glück bevor ich jetzt warum rücken wir hier oben während der busterstreifen abhält wer wäre sicher dass wir das hier verteidigen Batman mehr Sorgen macht mir Two-Face ich glaube diesen Müll wird ihm Bündnis nicht naja ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow der jagt mir einer alten Angst ein ja ihr habt gehört er hätte irgendwas mit seinem Gesicht abgestellt ziemlich fies mein Plan ist so weit weg von Scarecrow zu bleiben wie möglich das würde ich dir auch raten oh mein unterbrecher ist ähm noch nicht wieder aufgeladen wer Scarecrow verdank doch mal das Dach ist schwer gesichert das muss das versteck des Pinguins sein Amerika so schlimm ist es nicht komm schon schau doch mal siehst du irgendwas was gerettet werden sollte ich würde diesen Haus niederbrennen und dann von vorne anfangen da ist der nächste Klappspartner da ist der nächste Klappspartner da ist der nächste Klappspartner wir können ihm nicht helfen ihn hat's erwischt passt besser auf ne das Wachgeschütz manipulieren da ist der Klappspartner da ist der Klappspartner seid ihr ok da draußen ja alles ist rosig was denkst du denn das geschützte das ist der Klappspartner ich auch ich auch von wo 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 von 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 keine Zeit wir werden das nicht vermasseln was kommt her, Idioten das Dach war schwer gesichert das muss der Eingang sein so, das machen wir doch kaputt und dann sagen wir dem Koppelpot mal Hallo